Die PlayStation 5 wurde endlich enthüllt, einige vielversprechende Spiele präsentiert und die Tests zu The Last of Us Part 2 sind online. Ich bin Natascha aus dem Studio und das sind die News. Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack. Gestern Nacht durften wir endlich einen ersten Blick auf die PlayStation 5 werfen. Im Video sehen wir das weiße, schlanke Design, neben der Standard-Version der Konsole wurde auch direkt ein Gerät ohne Blu-Ray-Laufwerk vorgestellt. Dazu wurde außerdem Peripherie gezeigt. Auf eines aber warten wir immer noch vergebens, den Preis. Was soll sie denn nun kosten, die PlayStation 5? Dazu gab es gestern weder im Stream noch außen herum offizielle Informationen. Aber während der PlayStation 5 auf der deutschen Seite von Amazon immer noch nicht gelistet ist, hat der britische Shop einen Platzhalter zur Vorbestellung freigegeben und diesen direkt mit einem Preisschild versehen. Demnach sollen sowohl eine Version mit 2TB-Speicher als auch eine mit einem Terabyte-Speicher 600 Pfund, also etwa 666 Euro, kosten. Beide Listings wirken unauthentisch, da für die PlayStation 5 bisher eine Version mit 825 GB großer SSD angekündigt wurde. Das ist nicht das erste Platzhalter-Listing, bereits nach der allerersten Ankündigung haben Shops den Vorverkauf mit Platzhalterpreisen von bis zu 1000 Dollar eröffnet. Sobald es offizielle Infos gibt, verraten wir sie euch natürlich so bald wie möglich hier in den News, ansonsten findet ihr diese auf GamePro.de, den Artikel verlinke ich euch in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Bevor gestern Abend der PlayStation 5-Stream begonnen hat, gab es noch ein Gerücht zu Insomniac und das neue Spider-Man-Spiel. Jason Schreier, inzwischen bei Bloomberg, vorher bei Kotaku und bekannt für seine Einsicht hinter die Kulissen der Entwicklerstudios, hat behauptet, bevor ein zweiter Teil von Spider-Man kommt, bringt Insomniac ein anderes Spiel heraus. Welches das sein wird, verriet er aber nicht. Die Auflösung kam kurz darauf während des Streams, es ist wohl Ratchet & Rift Apart. Aber halt, Natascha, bevor der Ratchet & Clank-Trailer gezeigt wurde, haben wir doch Miles Morales als Spider-Man gesehen und das Spiel soll direkt zum Launch der PlayStation 5 herauskommen. Korrekt. Allerdings handelt es sich bei Spider-Man Miles Morales wohl nicht um ein neues Spiel, sondern um eine Enhanced and Expanded Version von Marvels Spider-Man von 2018, wie Simon Rutter, Head of European Business bei Sony Interactive Entertainment gegenüber The Telegraph im Interview sagte. Was genau das bedeutet, ist etwas unklar. Infamous First Light zum Beispiel nutzte auch die gleiche Stadt wie das Hauptspiel, war aber kürzer und stand-alone. Sobald wir genaueres wissen, findet ihr alle Infos auf GamePro.de, den Link zum Artikel tragen wir dann so schnell wie möglich in der Videobeschreibung nach. Dass Resident Evil 8 Village vorgestellt wird, ist bereits im Vorfeld durchgesickert. Der Trailer sah dadurch aber nicht weniger beeindruckend aus. Das Spiel ist in der neuesten Version der RE Engine entwickelt und soll wieder ein bisschen mehr Richtung Action gehen. Durch die neue Architektur der Konsole will Village komplett auf Ladezeiten verzichten. Inhaltlich setzt der achte Teil einige Jahre nach dem siebten an und wir spielen erneut Ethan. Wer sich Village als Launch-Titel der PlayStation 5 gewünscht hat, wird allerdings enttäuscht werden. Der neue Zombie-Shooter erscheint erst 2021. Ebenfalls bereits im Vorfeld bekannt war, dass Capcom auch noch eine komplett neue Marke vorstellen möchte. Dieses Versprechen wurde in Form von Pragmata eingelöst, einem etwas schräg anmutenden Science-Fiction-Abenteuer. Bisher gab es nur einen ersten Teaser, der nicht zu Gameplay oder Story verrät. Wir sehen nur eine anonyme Gestalt in einem Raumanzug, die mit einem kleinen Mädchen ohne Raumanzug ins All gezogen und auf dem Mond ausgesetzt wird. Bis wir dazu weitere Details sehen, könnte es aber noch eine ganze Weile dauern, denn Pragmata wird erst im Jahr 2022 erscheinen. Neue Infos zu Elden Ring gab es zwar nicht, Fans von Souls-Likes kamen aber dennoch voll auf ihre Kosten. Denn statt eines neuen Games wurde das Remake des Urvaters eben jenes Genres angekündigt. Demon's Souls kommt auf die PlayStation 5 und es sieht verdammt gut aus. Wer bisher nicht die Gelegenheit hatte, diesen Klassiker zu spielen und keine Herausforderung scheut, hat bald die Möglichkeit, es in hochauflösender Grafik und technisch ordentlich aufgebrezelt zu erleben. Das Remake kommt allerdings offenbar nicht von From Software selbst, sondern wurde von Bluepoint Games umgesetzt. Das Studio hat unter anderem das Remake von Shadow of the Colossus auf die PlayStation 4 gebracht, das wir als eines der 10 besten Remakes überhaupt bewertet haben. Im Zuge des Livestreams wurden noch eine ganze Menge mehr Spiele angekündigt, die alle zu erwähnen, würde den Rahmen der News-Sendung auf jeden Fall sprengen. Eine vollständige Liste von GamePro.de verlinke ich euch deswegen in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Dort findet ihr außerdem Links zu den einzelnen Artikeln mit allen verfügbaren Informationen und werdet natürlich auch weiter auf dem Laufenden gehalten. Vor lauter PlayStation 5 sollten wir aber nicht vergessen, dass die Ära der PlayStation 4 noch nicht ganz vorbei ist. So wie damals zur PlayStation 3 kommt kurz vor dem Ende der Konsolengeneration noch ein The Last of Us. Und was für eines. Meine Kollegin Linda hat das Spiel für euch getestet, die ausführliche schriftliche Bewertung findet ihr auf GamePro.de, den Link zum TIST findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr klickt hier oben auf die Infobox. Dazu hat sie außerdem ein spoilerfreies Testvideo erstellt, zu dem ihr ebenfalls über einen Link in der Videobeschreibung kommt oder hier oben in die Infobox, falls man so kurz nacheinander zwei Infokarten erstellen kann. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Magazine scheinen begeistert. Bis zum aktuellen Zeitpunkt sind auf Metacritic 44 Reviews eingegangen, die das Spiel mit einer 100 bewerten, insgesamt wurden bisher 75 Reviews eingereicht. The Last of Us Part 2 erscheint nächste Woche Freitag am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, möchte ich euch noch kurz verraten, was es so alles kostenlos zu spielen gibt. Auch diese Woche gibt es im Epic Games Store wieder zwei Spiele geschenkt, dieses Mal handelt es sich dabei um Ark Survival Evolved, ein Open-World-Survival-Spiel mit Dinosauriern. Geschenkt bekommt ihr die Basisversion des Spiels, allerdings sind auch fünf der DLCs kostenlos verfügbar, nämlich die Spielwelten The Center, Ragnarok, Valguro, Crystal Isle und das Ark-Mod-Kit. Ebenfalls kostenlos und außerdem PC-exklusiv im Epic Store erhaltet ihr Samurai Showdown, der inzwischen zwölfte Teil der gleichnamigen Beat-em-up-Serie im Japano-Szenario. Außerdem könnt ihr dieses Wochenende kostenlos in Call of Duty Modern Warfare und Rainbow Six Siege reinschauen. Alle Details und weitere kostenlose Spiele findet ihr auf GameStar.de, zum Artikel geht es über den Link in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Und damit verabschieden wir uns für heute und für diese Woche. Heute ab 17 Uhr starten wir wieder mit unserem Livestreaming-Programm mit Find Your Next Game hier auf YouTube und auf Twitch unter Monsters and Explosions. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lege ich euch sehr ans Herz, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und mir eure Kreditkartennummer sowie die Sicherheitsnummer auf der Rückseite in einer privaten Nachricht zu schicken. Bis dahin könnt ihr euch hier den Ausblick auf Plattformen und Jump'n'Runs für die nächsten Monate anschauen oder hier den Vergleich zwischen PS4 und PS5. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß und guten Loot!